Hallo und an Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Masterbuilders mit Horstie und Patrick Und Jessica als Special Gast, hi! Und ich werde natürlich wieder vergessen Funktioniert die Scheiße jetzt? Jetzt hast du 5 Minuten Zeit zu einem Thema, was du jetzt bekommen hast Queen! Na, das ist direkt das Schwerste Wie Spaß, Patrick Gelbe Wolle Gelbe Wolle? Bist du denn komplett wü... Alter, das ist so hässlich Braue Wolle Nicht schlimm Guck meine Sachen an, dann weißt du, wie scheiße das aussieht Ach so Wolle Ja, nee, ich geh jetzt auf Google Bilder Nein, keine Pixel Art Nicht nachgucken, ist ja peinlich Du Pfeife Du Helmut, Alter Ähm Muss man jetzt die Queen oder irgendeine Queen? Warum deine? Du musst das ein 1 zu 1 Modell von der Queen machen Mach das Die natürlich aus Deutschland, ne? Alter, die sieht übelst Queen 4 aus Das Internet ist Neuland Da passt... Da haben wir aber zu wenig Platz hierfür Stimmt Alleine mit der Bauchmund inzu mir einen Alter Oh Gott, ich bin ein politischer Rassist Gibt es ja irgendwo ein richtig und falsch rum, oder kann man sich das sehen, wie man will Kannst auch... Kannst auch einen Schwanz hinbauen, juckt keinen Ä h doch, nicht Dann gibt's sofort den Report dass ich das die anderen an klar ist das gute hat warum ich das aufnehmen die bewerten das ja wir haben zuschauer und jetzt wieder das internet ist neuland das internet ist neuland e das wird niemals was ich hab noch zwei und drei minuten aber ich darf hier keine 1 bekommen alle reine stehe ja leute doch mal wirklich ernst Ja, schubst sie von dem Fahrrad sitzt und schnüffelt ran. Deine Mutter. Genau. Braucht mehr Zeit. Kann ich noch auf dem vorne anfangen? Klar. Schön wär's. Kannst du probieren. Jetzt so, ach es geht schon los. Kann ich tatsächlich... Von dir könnte ich mir das wirklich noch vorstellen, dass du das sagst. Ich glaube, das macht er wirklich. Aber ich sag ja, wir können eigentlich wie ich mal wieder ein bisschen Planefizeit holen. Ihr wollt es ja auch schon längst aufnehmen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wo steht das? Ah, seit der 2 Minuten 2. 2 Minuten 2 noch? Ja. Das reicht ja dicke. Da kommen noch schön die Details. Ja. Erbaut töten. Hey, du sollst nicht mein Joke-Klon, Alter. Nein, erbaut hier nicht töten. Ja, schubst auch mal. Ein Bobbel. Mann, ey, immer dieser... Dieser Pumpe. Auch wenn Bobbel leider nicht bei unserer Party dabei war, wo Chris und sowas nicht. Dritte Party. Er hatte ja schon eine Lahmparty bei mir. Ich hab mich gerade meine jetzige Wohnung eingezogen. Da hatte ich ja Chris und sowas schon hier. Hm, da guck... Okay. Er ist gleich bei mir abgegangen, wie schmilzt Kätzchen. So gut so. So kennen wir den Chris. War eigentlich ganz schillig, also... Abends ein paar Bierchen geschlürft, dabei Xbox gezockt. Mit Bier meint er natürlich Milch. Ja. Riechbier. Hm, sicher. Nein, Bier. Es gibt nur ein wahres Bier. Berliner Radler. Fui. Katsbald nie plöre. Radler, ey. Meine Prozesse sind so schön aus. Sie hatten Zeit-Cut. Ist das schlimm? Was hat die? Ein Zeit-Cut. Die Arme. Alter, ich bin immer noch... Am Anfang. Hat's eurem Körper? Klar. Nein, ich hab ja so. Ich hab nur den Kopf gebaut. Ich bin schon lange nicht fertig. 30 Sekunden, ich halt... Jetzt ob, Alter. Wie soll man das bisschen schaffen? Keine Nase. Ernsthaft? Sieht aus, dass man auf die Fresse geboxt hat. Ey, warte, das Ding sieht übelst creepy aus. Es hat mir Angst. So, der ist mal meins an, ey. Nase. Jawoll. Ich hab keine schwarze Wolle, oder? Nein, egal. Also hätte ich noch ein Wertchen gemacht. Nein, ich hab einfach nur Kopf gemacht. Bei mir sieht es aus, dass man tatsächlich auf die Fresse geboxt hat. Aber sie lächelt. Ähm, was, Alter? Wer hat das... Wer hat die Scheiße gemacht? Ich. Weiß ich nicht. Wo kann man sehen, wer das gemacht hat? Oder irgendwie was gewertet. Das kommt zum Schluss. Das ist, finde ich... Du hast Scheiben im Inventar. Amazing, amazing, amazing. Ich mach raus. Du hast Scheiben im Inventar. Da kannst du... Kannst du... Ja, was ist gut? Was ist schlecht? Das ist super. Das ist... Everything is awesome. So, kriegen jetzt alle mal... Ich möchte von euch auch, bitte, Lila. Das Geld kommt meins. Oh Gott, das wird zum Teil nicht. Sagst du, meine Sitz... Äh... The fuck? Äh? Das ist ein Penis, du Affe. Das ist ein Report. Patrick! Das bin ich nicht. Ich benutze keine pinke Wolle, oder was das ist. Max! Max, der Techniker. Ja, Max, der Spackiger vielleicht. Ey, ich will jetzt, dass meins kommt. Das finde ich okay. Guck mal, ich bin auf den Schoß. Du bist ein Kackklumpen. Seh's ein, du bist einfach ein Kackklumpen. Dank, Karl. Oh Gott. Was hat's... Das ist eine Krone. Mit einem Willächer. Das ist... Das ist ein Eisabreding. Ja. Vor allem, wie der Willächer, ey, wird draufstehen. Ja, guck mal. Ich bin... Blutpudding. Was ist dein Name so wieder, ne? Oh, das sieht aus wie Patrick, ey. Das sieht aus wie Bobbel. Ah, Patrick. Und doch Bobbel nichts mehr sagt. Auf so eine schöne Idee wäre ich nie gekommen, das zu machen. Ich sag euch, was ich gemacht habe. Sollst du es nicht sagen, wir müssen es erraten. Das ist meins. Oh, Gottes Willen. Report, report. Gut, das find ich schon wieder amazing. Das ist so bekloppt. Alter. Das ist wieder mein Meeport. Ist das jetzt wieder mehr von Bobbel erwartet, ja? Also... Ja, ich bin mich eigentlich auch. Natürlich lacht der. Was? Und das ist der nächste Report. Oh, come on, Leute. Wobei ich relativ lustig finde. Kotzt man da jemanden? Oh, come on. Report. Ey, langsam ist das nicht mal witzig. Ich hab schon einen Namen für diese Folge. Ne, danke. Doch. Äh, äh. Einfach nur... Report. Na... Queen Nutt? What the fact? War wer ein Schwanz? Wollt ihr mich lange verarschen? Eins, das ist ein Schwanz. In der Mitte. Okay, report. Boom, hat's gemacht. Mal mit Patrick gewinnt. Das ist mein... Das... Wo steht das? Warum ist sie gelb angelaufen? Hattest du viel gesoffen? Du, was nennte Mann. Sponsor. Sponsor. Ja, ja, alles klar. Deine Mutter. Ich, ich, ich. Deine Mutter. So, am Ende kommt er noch ein Gewinner, oder was? Klar. Wollt grad sagen. Welchen Platz bin ich? Ich bin so aus, die. Ja, das ist ja nicht schwer. Ich bin doch schon mal aufgelistet. Das ist ja voll geil. Wie lange... Geh mir noch ne zweite Runde an, oder? Klar. Wie, was muss ich annehmen, wie, wo? Ne, gar nicht annehmen. Einfach rumlaufen? Ja. Okay, ich lauf dir nachher. Ach, Leute. Wann ihr wissen wollt, wer Patrick ist, denn guckt genau jetzt hin. Da hab ich erst ein Bild eingeblendet. Hab ich ganz sicher nicht gemacht. Wollt sagen, willst du mich schnatschen? Ich, oder ich blende so ein, ich blende so ein KKB ein. Okay, das nächste Thema in einer Sekunde, und es ist... Oh, nicht Herbst. Oh, leckt mich doch. Herbst. Herbst. Okay. Schauen wir an. Erstmal... Grünfläche. Warum immer eigentlich immer Herbst? Herbst ist scheiße. Herbst ist kein schönes Wetter. Äh, Wetter, genau. Und mit Schäden sieht der Ring extrem geil aus, ne? Hostie? Ich hab keinen Schleiter hier drin. Ach, stimmt, der dabei hat. Wer war denn im Hintergrund? Das ist meine Cousine. Albert, bist du das? Ähm. Bone. Kuh. Spitz. Hä? Bin jetzt komplett blöd? Nicht antworten. Ja, bist du. Nee. Wofür denn kein Knochenmehl? Wofür finde ich das denn? Weil mir wachsen die Bäume nicht. Knochenmehl vielleicht? Hab ich hier drin. Nach vier Minuten, ich hab noch nicht mal angefangen. Geil. Alter, mein übel Zeitdruck. Jo. Warum wachsen weil mir die Bäume nicht? Weil's vielleicht Nacht ist? Erstmal ohne Scheiß. Weil mir wachsen die Bäume nicht. Na, das ist nicht schlimm. Bei mich schon. Ah, ich steh in den Bäumen drin. Geil. Da stehst du drauf, ne? Ja, Mann. Klick-Spam. Ja. Bei mir wachsen die komischerweise. Ich hab mir keinen Baum ausbauen können schon wieder. Ja, mir fällt dazu einfach nix ein. Ich weiß jetzt, ob das kommt. Ein Penis. Ah, ich bin mir eingebaut. Noch drei Minuten. Ich hab noch nicht mal die Bäume gesetzt. Ja, komm. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hopp. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich hab mir dieses Mal was Einfaches ausgesucht. Ne, go. Aber ich komm dann noch nicht so weit. Setz mir mal die, dass ich da für die Pots krieg. Das ist ein Penis eingebaut. Ich wusste es. Nein, eben nicht. Eben nicht. Genau das hab ich nicht gemacht. Ich will mich nicht aufs Niveau mit den anderen setzen. Na, da kann ich andere folgen, die was anderes sagen. Ich hab aber noch nie einen Penis gebaut. Aber ähnlich. Du weißt nicht, wann mir das aussieht, ne? Ich helfe an die Populoma hat ne Vagina. Oh. Das ist schade. Ist ja immer nicht so rassistisch, Kollege, ja? Überlegen, soll ich da jetzt noch Lava mal zusetzen? Was? Lava? In Herbst? Ich hab mir nicht meine Ideen. Ich mach... Ja, ich mach dir noch einen Lava-Bronner. Ich mach da nackte Frauen hin. Okay. So macht man auch heutzutage außerdem Klicks in der Future. Hm? Kann man auch irgendwie Pote wärmen, wenn man nichts Passendes braucht. Äh, klar. Was unpassend ist. Ich hab schon mehrere Hakenkreuze gesehen. Und sowas alles. Denn mit einer Menge Fantasie gibt's auch Duhel. Weather. Raining. It's raining, man. Halleluja, it's raining, man. Hallo, Julia. Ja, die Gema freut sich. It's Schwingel, man. Hallo, Julia. Ich schwinge, mein Mann. Er mag's entspannen. So, das ist Gonne. Er mag's entspannen. Oh, ja. Herr Bobble. Hä? Geht das nicht immer bei uns, aber immer öfters. Trink. Hast du auch nicht mal wieder was mit Chris gemacht? Äh, wir haben was Mike and Magic gespielt. Hm. Was habt ihr gespielt? Mike and Magic. Was? Ein Spiel. Ein Spiel. Achso, Mike and Magic. Ja. Oh, das kenn ich noch aus meiner Kenntnisheit. Oh, was so ein schönes Game. Das ist schon so alt, das Spiel war mit so einem. Ja, sowas zum Beispiel. Da wär ich nie drauf gekommen, sowas zu bauen. Das ist aber auch ne. Das ist ein Penis. Was? Wo ist es denn ein Penis? Bist du blöd? Hier, gehst du hier nicht den Penis? Hier, gehst du? Hier, hier. Du willst einfach nur die Folge Penis nennen, Alter. Krieg ich einfach hin? Das ist immer die gleiche Reihenfolge, der dran ist. Ne, ist immer unterschiedlich. Das find ich aber nicht schön. Ich find, ich find everything's außer. Das sind Bäume. Einfach nur mehr. Ne, ich find das nicht schön. Ich find's super. Toll. Ich bewertet das einfach nicht. Oh, man, dann ist gleich ganz in die Luft hier. Äh, was soll das sein? Weiße Bedingung vielleicht. Ähm, die Idee für die war cool. Welche Idee für die? Hä? Äh, ich werde aus der... Leute. Ja. Was? Werde... Oder ich wurde gerade immer weiter weggeschoben. Da steht, you cannot leave your... Arena. Ja. Ja. Toll. Wow. So, ein Baum. Ne, sorry. Und sogar noch auf Clay. Wow, everything, hallo. Ich wollte das positiv bewerten. Wer hat denn noch explodiert, meine alte... Äh, erste Bedingung. Hä? Äh. Also ich find, sowas ist einfach einfallslos. Das ist fast mehr zu Frühling. Bei mir steht einfach Herbst. Ne, Blätter fallen ab ist Herbst. Hm, könnte auch kleine Büsche sein. Aber ich find, sowas ist einfach noch einfallslos. Das müsste jetzt... Wow. Ja, ey. Das ist nein. Echt jetzt? Patrick, dein Ernst? Äh, everything is awesome, hab ich jetzt... Ich weiß, wie ich denk. Bitte explodiert, bitte. Oh, schade. Das geht nicht in die Luft, geil. Das ist wieder geil. Das finde ich super. Everything is awesome. Da gibt's von mir aus auch... Verbindung unterbrochen. What the fuck? Oh, da sind ein paar gerade rausgeschmissen worden. Hä? Bist du auch raus? Nö. Noch drinne. Jetzt ist das raus. Ja. Adios. Dann warte ich jetzt, bis ich mich hier wieder... Herbst. Wow. Hey, sorry. Einfallslos. Report. Ja, die fliegen gerade ganz viele raus. Boom. Hat's gemacht. Ja, Blöck, jetzt rausfliegen. Das ist meins. Geh's nicht. Ist, glaub ich, auch besser so. Kannst du sehen, wenn die Folge hochgeladen wird. Fuh, fuu. Fuh, fuu? Fuh, kannst du nicht fahren? Fuh? Was? Der noch explodiert. Komisch, ne? Und jetzt fängt er an zu regnen, toll. Ich hab den dritten Platz, du Affe. Ja, weil die meisten rausgeflogen sind. Ich hab den dritten Platz, ich bin trotzdem noch vor dir. Ja, weil du auch rausgeflogen, äh, weil du nicht rausgeflogen bist. Du bist auch nicht rausgeflogen. Doch. Äh, Leute, wir sehen uns das nächste Mal bei der nächsten Folge. Lass uns da hin. Lass uns rausgehen, lass uns rausgehen. Äh, erst mal Lageros. Patrick, sag dein letztes Wort. Tschüss, ich grüße meine Freundin. Sorry, jetzt freut sie sich. Weil sie auch hundertprozentig dieses Video sehen wird. Weil ich sehr schicke. Kennst du auch unseren Kanal? Äh, dann ja. Also, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Wir arbeiten jetzt schon so lange an diesem scheiß Kanal, ne? Und seit drei Monaten? Na, nicht mal drei Monate. Bei einem Monat? Ja, doch, bei einem Monat kann ich nicht alles sagen. Fast, seit, seit fast, wir haben schon fast 100 Videos. Na, was, mit 70? Gut, Leute, äh, wir sehen uns das nächste Mal. Haut der Rennen. Haut der, den Klauter. Und dann schlägt die Patrick in der Fresse, okay? Alles nein. Tschüss, tschüss. Tschüss.